Ja, Hallöchen und Willkommen zurück zu einer neuen Folge Guild Wars 2 mit dem Taichi und dem Majus. Hallo! Ja, nach ein paar technischen Schwierigkeiten fangen wir jetzt nochmal neu an. Äh, Taichi hat eigentlich nur sein Schwertchen da gerade verzaubert, das sieht jetzt noch ein bisschen epischer aus. Und ja, wenn er dann wieder Lust hat, dann erzählt er bestimmt nochmal irgendwas, aber... Ja, wir hetzen ja nicht. Wir wollen eigentlich jetzt ein bisschen questen, damit ich hier den Taichi wieder einholen kann und... Sag mal, warum bist du so schnell? Ach, war ich im Kamm? Hä? Keine Ahnung. Und wir dann, äh, ja, mit Taichis und meiner Main-Quest weitermachen können. Können wir theoretisch jetzt auch schon, aber, äh, ja. Na, du brauchst ja trotzdem erstmal dein Level. Ja. So, was hast du denn jetzt noch nie? Was hast du denn jetzt das hier vorne, das Herz hast du ja schon, oder? Ich hab hier vier Herzen in der Gegend. Da ist ein Pfeil aufgetaucht, den... Lass ich mal mein neues Schwert schmecken. Ha! Es wäre im Süden, äh, ist ja diese, diese Siegerpräsidium. Ja. Da ist noch ein Herz, was ich noch nicht hab. Ah, okay, aber dann Portima und vor zum Wirst-Tor, oder? Genau, genau. Weil das unten ist ja eh umkämpft. Super. Mal eben den Wegpunkt holen, wenn er dort schon ist. Okay. Warum hier zwei Wegpunkte so dicht aneinander sind, ist mir sowieso gerade ein Rätsel, aber... Soll jetzt nicht unser Problem sein, würde ich sagen. Oh, das war jetzt nie der... Wille, den ich hatte, aber okay. Ah ja, ich hab gerade was falsch gemacht. Ne, hier auf der Map zeigt es mir den Wegpunkt an. Ach so, der ist aber unter uns. Ah, okay. Na, dann halt nicht. Da ist, wenn du guckst, dort an den Wegpunkt ist so ein kleiner Pfeil, der nach unten zeigt. Ja, stimmt, hast recht. Da war der. Ja, wieder was gelernt. Beziehungsweise in Erinnerung gerufen. So, was soll ich machen? Geister töten, Patrouillen helfen, angeschlagene Soldaten retten. Oh, sowas, Motivationsreden, reden. Das übliche. Das übliche, ne? Erstmal machen wir hier den Waschbär kalt. Ah, hier gibt es den Kaufmann, ich brauch mal einen Wiederverwertung. So, dann gucken wir doch mal, das ist bestimmt hier unten, das Zeug. Kann die Klinge nicht wieder verwerfen? Ah, ist das scheiße. Das Schwert brauch ich nicht mehr. Das brauch ich auch nie. Das brauch ich auch nie. Ich hab ja ein, kann ja mein, ein großes Schwert, meint der Ding, was ich hier hab. Ja. Jetzt hör auf zu humpeln. Hör auf zu humpeln. Das stimmt, aber eigentlich schon, weil er von einer Hyäne gebissen wurde. Er hätte ausweichen können. Boah, das muss ich ihm ja befehlen. Na, supi. So, ich komm dann mal zu dir runter. Ja, hier sind so ein paar Geister, die kann man töten. Juhu. Die können wieder blocken. Was ist das für eine Fähigkeit? Zermallen, dann greift er und peint mit Bärenkraft an. Das ist krass, bei dem, äh, da kommen dann immer so Geisterscheinungen, wenn der irgendwelche Special Attacken macht. Das war ja bei dem, bei dem Einheimwaffen war das diese Schlange. Hier ist jetzt so eine, so eine Bärengestalt, die dann kurz auftaucht, fetzt. Ach, ist das, ist das irgendwie ein Extraschwert, was du dir da gecastet hast? Nö, eigentlich nicht. Weil das sieht ja auch mal übelst imba aus. Hab ich in der letzten Quest bekommen. Ach so? Ja, Main Quest, da wo du auch, du wo auch dein krasses, wo du auch dein krasses Schwert bekommen hast. Ja, cool. So, die Frage ist nur, die Frage ist nur, was ein Waldläufer halt mit so einem Zwo hin da macht, aber das soll jetzt nicht unser Problem sein. Ja, eigentlich bist du für mich so, kannst du eigentlich, ähm, Gewehre benutzen? Ich denke mal. Keine Ahnung, muss ich da mal gucken gleich. Fähigkeiten, Waffenfähigkeiten. Komm mal. Was geht denn hier ab? Na, ich wollte ja eigentlich, wirst du, dass du den Typen mal hier mitredst, ne? Ja. So, Gewehre. Kann ich Gewehre benutzen? Langbogen, Kurzbogen, Axt, Dolch, Großschwert, Fackel, Kriegshorn, Sperr, ne, kann ich nicht, das ist ja komisch. Aber Gewehre sind doch eher so ein Kriegerding. Ja, ich meine, ich kann ja Gewehre benutzen. Ich wollte halt bloß wissen, ob du es aufkannst. Weil ich hatte nämlich ein cooles 80er Gewehr. Das hätte ich aufgehoben, aber ne, dann zauber ich's halt. Rennt und springt ein Feind und trefft ihn und nahe Gegner und alles und super, mega Angriff mit Falkenschwingen. Pass auf. Pass auf, pass auf. Pass auf, ich pass auf. Oh. Und jetzt der Bär. Ich? Hast du so ne Waffen immer? Äh, bei den Zwei-Einhand-Waffen hatte ich halt auch so ne, so ne Schlangenform, die dann entstand und Giftschaden gemacht hat. Das ist ja cool. Ich sterbe nicht vergeben. Ah, tot. Er hat grad gesagt, ich sterbe nicht vergeben. Ist das ein Geist nie schon tot? Ja, ist das, äh. Du weißt doch, jeder kann zweimal sterben. Ja. Sind wir überhaupt noch richtig? Ja, passt. Solange du noch bei der Quest mit hier Sachen kriegst, ist alles super. Was passiert mit der Attacke? Konnte ich grad nie sehen, weil du geraged bist. Entschuldigung. Jetzt hat's geblockt war. Was ist denn da passiert? Irgendwie ist es nur ein Blocken. Okay. Wir sind schon ziemlich imba, habe ich das Gefühl. Ich weiß noch nie mal, wie ich skillen soll. Ob ich auf Tank gehe oder ob ich mit meinem Zwo-Händer so ein übelst imbaer Typ werde. Ja. Das mache ich mal. Warum habe ich grad Schaden bekommen? Mir kommt diese Gegend hier irgendwie bekannt vor. Ja, hier war er schon mal. Mann-Quest, ne? Ja. Deshalb kommt es mir so bekannt vor. Na ja. So, ich glaube, das sollte jetzt das Letzte sein. Genau. Wunderbar. Alles nehmen. Wieder an die Falle gerannt. Nur ich auch. Wenn ich das Großschwert in der Hand habe, bin ich übelst langsamer. Oh, ne, das war ungewollt. Ungewollt. Du bist falsch gelaufen. Was? Bist du falsch gelaufen. Ne, ich habe die falsche Taste gedrückt. Ich wollte eigentlich das Banner mitnehmen. Achso. Aua. Äh, ja. Wer castet den Blizzard hier? Das war, glaube ich, der Asche-Legion-Sprächer. Ah. Das ist reines Gönnen. Ein bisschen Glück. Das ist reines Gönnen. Äh. So. Ich gucke mal kurz. Der Wegpunkt ist ja eh umkämpft. Hier sehe ich jetzt nur noch ein Herz. Hälfte der blutigen Legion. Der Blutlegion. Okay. Äh, ist ein Stück weg. Warte, ich gucke gleich. So. Wenn du von... Von Wirstor... Ja. ...richtung... Richtung den anderen Tor gehst, dort im... Hier, Dings-Gewölbe. Wegmarke Gewölbe. Und dann noch ein bisschen weiter nach Osten. Ein bisschen weiter nach Osten. Ach, Hälfte der Blutlegion. Genau. Hast du die Wegmarke Temper-Ruh-Spitze? Temper-Ruh-Spitze, so. Nö. Hab ich nicht. Na, dann geh mal... Ah, die Wegmarke Gewölbe hast du ja auch noch nicht, ne? Nö. Na, dann geh mal hoch zum Wirstor, würde ich sagen. Also, teleportieren zum Wirstor. Genau. Aber da würde ich sagen, wir gehen mal schnell oben ins Gewölbe rein, dass du die Wegmarke kriegst. Jo. Ich glaube, das spürt auch ab und zu mal so ein Elite oder so ein Veteran rum. Den können wir ja auch mal killen. Joa, so nebenbei. Ey, das... Wo läuft denn? Ah, der hat euch mal angecharged. Ach, Dio. Einmal Kräutern dabei. Oh, die sind wieder schade. Ach, die Kinder wieder. Die Kiddies sind wieder schade. Ne, wir gehen einfach bloß in die Katakoppen rein. Ja. Wo sind die? Habe ich schon mal M gesagt? Ähm... Ne. Wo ging das da rein? Bin ich aber auch gerade... Hier in der Mitte nicht zufällig, oder? Komm auch gar nicht hochgrad. Na, ich glaube nicht. Ah, da gab es so einen Eingang. Der führt auch direkt... Da hinein. Hier an den Fels vielleicht irgendwo? Ah, hätten wir ja gesehen. Ah, ich glaube da hinten. Okay. Ich glaube, hier links rum ist der Eingang. Ja, ja, hier sind wir richtig. Und der Elite scheint auch da zu sein. 1.50 Schaden. Kaum Schlacht im Gewölbe heißen gerade. Oh, die Welt gescheitert. Super. Ach, das war das mit den Kids. So, jetzt hast du hier... Dein Wegpunkt. Ja. Ein Kumpel noch wiederbeleben. Ah, wird gerade schwerer. Die sind eklig hier. Ist aber gut da. Oh, da lebt er wieder. Patsch, patsch, patsch. Patsch. Geh mal raus, wa? Ja, besser ist das. Ach, ich bin Level F geworden. Oh, geht's jetzt? Ich seh das gar nie bei dir. Ich hab's auch gerade nicht gesehen. Mal ein bisschen Holz holen gehen. So, ich hab 5 Fähigkeitenpunkte. Kann aber noch nicht tiefer. Das heißt, ich muss hier erst noch ein paar mal vorführen. Schade. Ja, nehmen wir hier so eine Falle mal noch. Was ist das? Nicht so cool. Wenn mal die andere Falle noch. Und das Teil. Was auch immer. Ich will ja dann endlich mal nach unten kommen. So, und was skillen wir jetzt an Eigenschaften? Hast du da schon? Oh, du. Wie gesagt, ich hab mich mit meinem da noch gar nicht so wirklich befasst. Weil ich halt nie weiß, auf was ich gehen will. Ich würd eigentlich gerne auf Verteidigung gehen, weil ich nen Tank haben will. Ja. Aber das bringt halt zum Questen, denk ich, nicht so den Erfolg. Weil dann fehlt uns auch viel Schaden, denk ich mal. Ah, das weiß ich halt auch wieder nie. Ich bin ja auf jeden Fall erst mein Damage-Dealer. Tja. Schwer zu sagen. Und dann ist auch wieder die Frage, geh ich auf Stärke? Dass ich einfach nur mehr Schaden mache? Oder geh ich lieber auf Crit-Chance? Dass ich mehr Critte? Ja, das frage ich mich auch immer. Zähigkeit nicht? Nee. Vitalität und Segendauer auch nicht. Heilung und... Nee, das auch nicht. Ich melde... Kraft oder Prezi? Wir haben ja am Ende so gesehen ja auch noch Zeit. Ja. Erst mal, wenn du fünf Punkte hast, kannst du ja auch die erste Sache freischalten. Du kannst zwar jetzt schon Punkte so verteilen, aber erst mit fünf Punkten kannst du ja eh so ein extra Eigenschaft da freischalten. Also hätten wir ja am Ende eh noch vier Level Zeit, um uns da wirklich festzulegen. Ich muss ja auch erst mal... Hä? Na nee, Experte kannst du ja erst wieder werden. Es können keine weiteren Punkte... Ah nee, Experte bist du jetzt schon. Genau, ich muss aber erst mal Experten-Eigenschaften trainieren. Ähm, das gibt's mit Level 10 bei deinem, ähm... Ja, ja, genau. Bei dem Bimbo. Trainer des Vertrauens. Gut, auf zum Herz. Auf zum Herz, ja, da liegt nämlich auch noch ein Wegpunkt auf dem Weg. Ein Wegpunkt auf dem Weg liegt da. Ja, 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 ja. Wo ist denn der Punkt auf dem Weg? Na ja, auf dem Weg. Ist es ein roter Punkt? Da hinten siehst du noch schon links. Hm. Los, mach halt Blüm. Danke. Und auf zum Herz. Char Abbild. Los, das töten wir. Äh, das ist aber hier oben, das... Char Abbild töten. Level 8. Ja, ich... Mit Gold und Feuer und Mega und... Warte, 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 das mach mal hier. Wurde uns wahrscheinlich ordentlich mitnehmen, aber ist egal. Komm mal voll auf die Fresse. Oh, je. Hahaha. Ist wohl doch nicht so einfach. Nee, gar nicht. Aber ich komme wieder. Keine Frage. Ja, genau. Daher bin ich auch gerade umgefallen. Der ist, glaube ich, ein bisschen zu heavy für uns gerade. Ach, der ist nicht zu heavy. Der ist nicht zu heavy. Der hat nur zu viele Ads und die kriegen wir auch alle tot. Nach und nach kriegen wir die alle tot, das stimmt. Ähm... So, jetzt auf den dicken. Ob der uns das Wasser reichen kann? Ja, kann er. ähm, oh scheiße na, den großen, also sie ist ja auch noch ein Champion, scheiße ja klar ich steh die Nagel dran, ich mach den Schaden an den Pole okay, da war ich tot aber ich komm noch mal oh, hat's mich auch umgehauen du musst nur noch ein bisschen überleben wie, dass der sich regeneriert oder so ja los, leck mir die Wunden Hyäne uah, wie eklig oh scheiße, schon wieder umgefallen wie der einfach runter geht mein Hund alter, so krass aber ich mein, wir sind schon neun Kupfer um immer wieder zu laufen um immer wieder zu laufen ja, wuhu ja, wuhu ich drück das nur, weil man da ein bisschen geheilt wird scheiße den kriegen mal, guck mal, da hat er schon nur noch die Hälfte ja ja meine Heilbrunnen bringt halt auch überhaupt nichts ich welke und nochmal laufen bloß gut ist, dass die Crips schlecht, dass die Repkosten nie zu hoch werden es verbrennt mich oh, wir sind zu dritt jetzt, jetzt schaffen wir's hätten wir auch vorher schon geschafft das stimmt das stimmt ach, das ist schon nicht ja, heute ist das schlecht wir sind schon ziemlich gut wir sind echt gut, aber wir haben ihn auch bleibt gezwungen das schlimm ist halt, er hat irgendeine Feueraura sobald ich an dem Kran stehe, fang ich an zu bliehen ja genau, das geht mir auch so ja, das geht mir auch so na, das ist das nicht ja, im Staub jetzt fällt er, jetzt! na, jetzt bin ich erst mal tot was voll drauf haben aber richtig erst mal meine sachen reparieren gehen hier gibt es nichts was zu reparieren doch nicht kaputt dabei ich habe hier schwere handschuhe war der gruppe posten ob sie die ziehe ich an oh ja die würde ich nehmen dann kriegst du die der so ausschfreundlich von dir ich habe endlich ein schild kann ich schilds kill die derius als total toll dass man hier neu anfangen mit den charakteren jetzt kann ich nämlich endlich kriegen mich wieder materialien damit ich es killen kann meine berufe so ich würde sagen wir machen hier wieder ein kleines folgenpäuschen und ja wir sehen uns dann übermorgen wieder bis dahin tschüss